Es war einmal südlich der Grasplantagen von Mittelerde, wo Elben, Zwerge, Menschen und Orks friedlich miteinander lebten. Weil sie böse abhängig waren, schmiedeten sie, wie Drin, die den Träger immer mit THC versorben und ihm ein breites Klingel verlaufen. Er war sauber, offensichtlich übertrieb immer maßlos. Man baute sich einen Riesenbong und verhauchte stündlich tausende Tonnen Gras. Als das Wied eines Tages knapp wurde, sagte der Menschenkönig zu Sauron, woauf der Orkkönig den Krieg erklärte und sich Menschen und Elben um ihn und ein Armee verbündeten. Disch! 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 Was? BANG! 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 Hä? Uhhh... 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 Überraschend! Uhhh... Ey, warte mal! Warte mal! Du hast was vergessen, Alter! Also, ja, scheiße, stimmt. Leider... Leider mussten Menschen und Helden feststellen, dass Sauron aufgrund seines Mega-Widringes nahezu unendliche Macht besaß. Die einzige Möglichkeit, den zu besiegen war, ihm den Ring zu entreißen und in den Flammen den Mega-Bogen zu vernichten. Geht doch, geht doch! He-mm WAAAH ny- Ihr schweiner! HAHAHAHAHAHAHAHAHA! Uhhhhhhhhh Ugh! Woof? Uhhhhh Quack. 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 Qu Ich liebe dich! Hahaha, Schmuchtel, ey! Du stinkst aber auch schon mal in Ordnung, ey! Ach so, ey! Ey, der Zeug hat sich hier grad durchgezogen, ne? Das ist von der übelsten Sorte, Alter. Da traurigst du rein, da traurigst du gar nicht. Ach komm, Lara, keine Scheiß, Alter. Das Zeug war nicht letztens geraucht, aber viel geiler als dein Scheiß hier. Ach, halt zum Ohl. Ey, komm, du hast keine Ahnung, ganz genau. Wenn du noch ein richtiges rauchen willst, ne? So ein Opa-Fragen. Der echt das geilste Zeug in the Hood. Tolle Karte. Wir legen die erst mal weg. Hier hin, so. Hm. Jetzt erst mal ein, ordentlich ein durchziehen. Brauchst du hier mein Zeug? Warte. Nein. Scheiße, wo hab ich hingetan? Verdammt. Wo ist es? Hier nicht. Da auch nicht. Scheiße, wo hab ich hingetan? Na, da ist er auch nicht. Oh Gott. Scheiße! Ah. Da ist es. Scheiße! Ich träume von nackten Männern. Von deinem Zauberstab. Ich Hey, Gandalf. Ich will dich in Reizwäsche sehen. Wie war das? Ah, du hast mich schon verstanden, sonst gibt's kein Dope, Zauber. Ah. Ich will dich morgen bei mir sehen, um 12, in Strasse. Kaum drei Haare auf dem Sacken, schon eine Puffstange stehen, wa? Ey Junge, ich glaub du weißt nicht, wer ich bin. Ich bin Gabba-Gandalf. Ich hab jetzt Bock auf Gabba. Klick. Was wird denn so blöd, du fettstück Scheiße? Ey Gabba-Gandalf, dein Gabba klingt ja richtig gut. Ich hätte nie gedacht, wer so schön ist. Ey Gabba-Junge. Klick. Oh ne, die Drecksplagen. Na warte, euch mach ich platt. Feuer! Juhu, Feuerwerk! Arschleckenfeuerwerk, ich hab nur nicht getroffen, ihr Bissplagen. Auweil. Geh dir ein Wichsen. Meins hab ich vorab. Klick. Hier also wohnt der Dreckspusher. Aufmachen! Drogenverhandlung! Ein Augenblick, ich komme gleich. Kooperieren Sie, uns wird Ihnen nichts geschehen. Ich hab nichts. Komm hierher! Ich brauch Zeug! Okay, dann komm mal rein. Papa Bilbo hat vielleicht was für dich. Untertitelung des ZDF, 2020